Post-its zu erstellen kann in Miro ein Grau sein, muss es aber nicht. Wenn man viele Post-its hat und dauernd hingehen muss, neues Post-it erstellen, schreiben, neues Post-it erstellen, schreiben. Es geht aber auch einfacher. Moin Moin, ich bin Sebastian und mir geht es oft so. Wir sind in einem Workshop, haben Miro offen und fangen an, alles Mögliche runterzuschreiben und auf Post-its zu machen. Und wenn hier eine Person protokolliert und alles in Miro einträgt, können da schon mal eine Menge an Mausklicks zusammenkommen, bis man endlich alles drin hat. Es geht aber wie gesagt auch einfacher. Ich habe hier mein Board und möchte eine Menge an Punkten jeweils einzeln als Post-its einfügen. Was ich nun machen kann? Ich öffne Excel, Google Spreadsheet oder eine andere Tabellensoftware und trage hier alle meine Punkte der Reihe nach ein. Danach selektiere ich einfach alles, kopiere es in die Zwischenablage und nun in Miro füge ich es einfach ein. Und zack ist es als eine Menge an Post-its im Board. Und was sagst du dazu? Ist doch eine coole Sache. Was auch richtig mächtig ist, sind Frames. Mit ihnen kann man viel mehr machen, als einfach nur ein Rahmen um etwas ziehen. Schau dir unbedingt mein Video dazu an. Und hat mein Video dir gefallen? Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniere meinen Kanal, damit du mehr über Tools erfährst und nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.